Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist eigentlich schon Mittag, es ist 11.16 Uhr, am 22.10.2022, aber ich war halt schon mehrfach wach, einmal um 5.55 Uhr, da musste ich mal pieseln und dann habe ich schnell das Tablet noch mitgenommen und habe mal auf Twitch geguckt und da war der Massi da und dann habe ich dem kurz geschrieben, hallo, und dann habe ich wieder hingelegt und um kurz vor neun ging das Geklopfe los. Ja, ist okay, ist okay. Ich hoffe, dass die Bauarbeiten in der Wohnung nebenan schräg gegenüber irgendwann erledigt sind. Es wäre mir ein Fest, da mal wieder ein bisschen mehr Ruhe zu bekommen, aber egal. Eben haben sie auch schon wieder gebohrt. Ich denke mal, heute wird auch noch ein bisschen was passieren, aber ich hoffe, dass die zum 1.11. weggeht, die Wohnung, und dass dann vielleicht mal noch ein Nagel in die Wand geklopft wird, aber der Rest egal ist. Also, oder erledigt, nicht egal. Ja, was gibt es zu erzählen? Freitag war kurzer Arbeitstag, war nicht viel zu tun, viel geredet, aber nicht viel gemacht. Dann haben wir gestern einen Film geguckt, Nightmare Before Christmas, den kannten alle noch nicht, außer mir, aber ist auch klar, der ist von 1993, der ist schon ganz schön alt gewesen. Da waren die ja alle noch gar nicht auf der Welt. Da war ich schon alt. Ja, war ein schöner Film von Tim Burton, so ein bisschen Halloween-Grosel mit ein bisschen Weihnachten gemischt. Stop-Motion, mag ich ja sehr gerne, Stop-Motion-Filme, und ja, war ein schöner Filmabend. Und dann hat der Buff überraschenderweise nach über einem Jahr, 14 Monate haben wir, glaube ich, gezählt, den Stream angemacht, hat sein OBS eingerichtet die Tage, das Stream-Deck neu programmiert, und ja, er hat einfach gestern gestreamt. Und hier, wie heißt es denn, das mit den Ratten, das Spiel A Plague's Tale 2, sage ich jetzt mal, ich glaube, Requiem heißt der zweite Teil. Ja, und dann hat er gestern etwas über zwei Stunden gestreamt und hat sich da wieder reingefunden. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn man jetzt ab und zu mal wieder den Buff auf Twitch sieht, aber er hat auch selber schon gesagt, er will sich da nicht so sehr unter Druck setzen selber und stressen und da einen Plan machen. Und wenn Zeit und Lust da ist, streamt er und wenn nicht, dann nicht. Und das funktioniert ja, denke ich mal, irgendwie auch. Und der ist ja nicht ganz so zwanghaft und durchgeplant wie ich, aber er hat ja auch viele, viele andere Themen, die ihn durch den Alltag begleiten, die ich einfach mal zur Seite schieben kann. Was ja dem Umstand geschuldet ist, dass ich im Endeffekt nur für mich bin, ne. Und ja, von daher war das sehr schön, gestern ihn mal da wieder zu sehen. Und da die ersten 30 bis 60 Minuten war noch ein bisschen so Unsicherheit dabei, aber die hat er dann relativ schnell wieder weggeschoben. Arnie hat auch ab und zu gewunken. Und ja, war schön. War sehr schön. Ich habe selber noch ein bisschen Fallgeist gestern gespielt. Nikolas war leider im Urlaub. Der konnte nicht mitspielen. Hat aber trotzdem über den Chat hier versucht, wieder Eingaben zu machen, Kommandos zu geben. Ich habe zwei oder drei Runden, glaube ich, mit Leon gespielt. Und den Rest dann mit Randoms oder im Solo und war ganz witzig. Zwei Stunden ging es schnell rum. Ich habe mir einen Faultier-Skin organisiert, den es vorgestern gab, am Donnerstag. Und ja, war schön. War gestern ein schöner Tag. Ja, und nach dem Stream vom Buff bin ich irgendwie halb elf, glaube ich, ins Bett. Ich hatte gestern Abend dann doch nochmal ordentlich Kopfschmerzen gekriegt. Ich weiß nicht, woher das kam. Irgendwann so gegen neun ging es los. Und dann habe ich mir eine Dolamin eingeschmissen. Und dann habe ich so gemerkt, so eine halbe Stunde später, ja, jetzt geht es wieder langsam. Aber ich war auch müde. Und dann habe ich mich einfach in die Vorzmulle gelegt und gepennt bis heute früh um kurz vor sechs und dann nochmal bis um neun. Ja, heute ist der Plan wie folgt. Wir werden streamen. The Last of Us 2 wird weitergespielt. Wir sind ja letztes Wochenende, letzten Sonntag in einem Hotel angekommen, haben da Schutz gesucht. Meine Freundin weiß, dass ich immun bin. Und ich weiß, dass meine Freundin schwanger ist. Sie hat aber nochmal hinzugefügt, es ist nicht von mir. Ich soll mir keine Sorgen machen. Das war ein schöner Lacher. Ja, und heute gucken wir da mal rein. Machen wir mal weiter. Zwölf bis 16 Uhr. Dann habe ich mir eine Stunde Pause gegeben. Und ab 17 Uhr wird es heute mit dem Dexi und dem Tom und dem Enno und mit mir eine Altherrenrunde geben für Elite Dangerous. Das heißt, ab 17 Uhr fliegen wir unsere prachtvollen Raumschiffe durchs Weltall. Ich weiß gar nicht, was wir heute machen. Ich glaube, wir haben uns auf so Transportmissionen festgelegt, dass mal ein bisschen Kohle gesammelt wird. Das heißt, wir müssen uns irgendwo ein System raussuchen, wo es eine große Station gibt. Ich bin ja für Delka, da habe ich schon einen sehr guten Ruf. Aber wir können uns natürlich auch irgendwo anders den Ruf nach und nach aufbauen, um dann irgendwann mal für 5 Mangerie 500 Millionen Credits zu kriegen oder so. Also übertrieben gesagt. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Mal wieder ein bisschen Elite spielen. Ich muss nachher gucken, ob alles aktualisiert ist. Hutters anschließen und so weiter. Dann noch was essen und dann, wie gesagt, 17 Uhr geht es los. So, das war es von mir. Habt ein wunderschönes Wochenende. Genießt den Samstag. Drückt mir die Daumen, dass sich die Bauarbeitengeräusche, Handwerkergeräusche im Rahmen halten. Kommt gerne im Stream vorbei und ansonsten sehen wir uns morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem YouTube-Kanal. Also, bis denne. Tschüss.